Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, ich bin Baraja von Baraja Loves Paper und möchte euch hier meinen Joint Channel vorstellen, was ich meiner lieben Tante geschenkt habe. Wir haben hier eine Mischung aus A5 und A6. Ganz reinrassig ist es nicht, es ist was dazwischen. Ich habe dieses wunderschöne alte Buch mit Buchseiten beklebt und mit Mod Podge Hardcover hier in diese Form gebracht. Gilding Wax seht ihr natürlich auch drauf, ganz klar, der Experte kennt das. Einen wunderschönen alten Jackenknopf habe ich hier verwendet. Ja, drin weiterhin Buchseiten. Meine Tante mag Bücher gerne und Lesen und Papier und auch Handwerkskunst. Dementsprechend werde ich hier auch viele Sachen haben, die einfach noch fertig gebastelt werden möchten, die noch fertig gestaltet werden möchten, weil die Gute hat nämlich auch ganz viel zu tun mit Wolle und Handarbeit und Co. Das heißt, hier ist auch noch ganz viel Potenzial zum Schreiben und zum Basteln. So genau, diese kleine Klammer habe ich auch schön distressed, dass sie auch schon ein bisschen antik aussieht. Man findet viele feine Stempel und alles und meine furchtbar schmutzigen Hände, die noch Klebstoff und Farbe an sich haben. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich einfach ein paar Handschuhe bei sowas tragen. Also immerhin beim Video dann vorstellen, weil beim Arbeiten kann ich mir das nicht vorstellen. Ja, Junk Journal Cards gebastelt und auch viel Platz zum Schreiben und zum Notieren. Ja, ich habe hier viele alte Papiere benutzt, wie ihr seht. Musikpapiere, viele schöne Stempel. Das, was ihr eben gesehen habt, war ein Briefpapier. Und ja, das Leben ist zu kurz für schlechte Bücher. Das ist genau der Hinweis an meine Tante, die gerne gute Bücher liest und vielleicht sich auch in diesem Junk Journal hier ein paar schöne Notizen zu Büchern machen möchte oder vielleicht auch eine Playlist von Büchern, die sie unbedingt noch lesen möchte oder sich wünscht. Genau, wieder ein Stückchen schönes Geschenk, äh, nee, nicht Geschenkpapier, sondern Briefpapier mit dem wunderbaren Baum. Und mein Lieblingsstempel darf nicht fehlen. Der ist so süß, der ist winzig klein und filigran, hat aber eine echte Ausdruckskraft. Ja, diese kleinen Notenstreifchen, die ihr immer zwischendrin seht, das ist, ähm, selbstgemachtes Washi-Tape. Ähm, äh, eine Anregung unter anderem von Jutta von Funkelkram, die das mal wunderschön vorgestellt hat, wie man das macht. Ja, feine, tolle Stempel, ähm, auch zum Teil bei Funkelkram gekauft. Schaut euch das gerne mal an, total die coolen Sachen, ich, äh, könnt mich da doof kaufen. Ja, unter anderem auch das Washi-Tape, was ihr eben oben am Seitenrand gesehen habt, ähm, supergeil, benutze ich echt gerne. Ja, hier sind teilweise Scrapbooking-Papers und, äh, ja, so kleine quadratische Papiere und wieder was zu notieren aus meinem Leben von Goethe, genau. Ähm, ähm, ja, ich bin, bin echt gespannt, wie diese kleinen Schnipselkärtchen ankommen, weil man kann nicht sehr viel drauf schreiben, aber man kann was richtig Wichtiges drauf schreiben, ne. Also, sowas Kleines lädt natürlich immer dazu ein, was wirklich Elementares da drauf zu schreiben, wenn einem sowas begegnet. Na, alte Schreibblöcke, ganz beliebt, ähm, ja, wieder das selbstgemachte Washi-Tape, die Stempel. Ich hab mittlerweile eine echt große Stempelsammlung, auch diese Lampen, ich liebe die, supergeil. Ja, und jetzt, ganz großartig, ähm, guckt euch das an, die kleinen Alpakas von einer Schokoladenpackung. Abgesehen davon, dass die Schokolade super lecker war, diese Verpackung ist echt der Kracher. Ähm, mich gar nicht wieder eingekriegt, als ich die gesehen habe. Ja, genau, ein Leben ohne Bücher ist möglich, aber sinnlos. Und wenn man überall, wo man geht und steht, lesen kann, dann hat der Spruch natürlich noch viel mehr Gewicht, als für den normalsterblichen Wenigleser. Ja, auch wieder hier ein feines, kommt gar nicht so richtig rüber, das Gold in dem Geschenkpapier. Und, äh, ja, die selbstgemachten Karten. Diese Sprenkel, die, ähm, da auf diesen Karten sind. Also einmal klar, schön Aquarellfarbe und das Gold ist, ähm, Kleiderfarbe. Also hier wirklich Textilsprayfarbe, die wir vom, ja, T-Shirts basteln über haben. Genau, hier war ein schöner Uhrenstempel. Darf auch nicht fehlen. Viel, viel Platz zum Schreiben, weil dafür ist das Buch da. Man muss ja immer überlegen, wem schenkt man oder wem bastelt man was. Genau, hier ist nochmal das Washi-Tape, das selbstgemachte. Schönen Gruß an Jutta hier an der Stelle. Ähm, mit Doppelseitem Klebeband, super cool und einfach. Genau, auch dieser Dankbarkeitsstempel. Ich liebe den, ähm, genau, ich war gerade dabei zu sagen, äh, wem man das schenkt, muss man natürlich gut überlegen, wie voll packt man so ein Buch mit, ähm, Anregungen oder Sachen oder Impulsen und wie viel Platz lässt man zum Schreiben und, äh, ja, wie viel Kreativität darf derjenige oder möchte derjenige auch selber drin nach Auslebenden. Und ich hoffe und denke mal, dass hier ganz schön viel Kreativität noch reinpasst, ähm, und hab das deswegen auch sehr leer gelassen und, äh, viel, viel Platz einfach für eigenes Gedöns dort drin. Ne, Lesezeit genau, ganz groß. Ja, ähm, und wo man steht und geht, wenn man Junk Journal macht, man findet ja einfach immer Material. Es ist so cool. Allein diese Bücher, ich könnte den ganzen Tag Papier anfassen und diese Bücher einfach, ähm, ja, wirken lassen, gestalten. Ja, super, die Buchecken genau. Buchecken und auch das Gilding Wax, alles gefunden bei Funkekram. Und, äh, ja, ganz rustikal mal zusammengebunden mit einem Jute, ähm, Streifen oder mit einem Jute-Seil. Und auch dieser Verschluss, einfach eine Jute-Kordel mit, äh, angebunden, um das Ganze mit dem Knopf dort zu schließen. Auch den kleinen Umschlag, den habe ich selbst gebastelt. Und kleiner Tipp, äh, das Siegel, ähm, erst mal auf eine Matte siegeln und danach mit Klebstoff aufkleben. Dann ist es nämlich so, dass dieser kleine Umschlag, ähm, hält, ohne dass man ihn komplett zugesiegelt hat. Also man kann die Lasche dann quasi dahinter schieben. Ganz großartig, ganz fein. Und zack, zu ist das Buch. Ähm, ich habe es bereits verschenkt. Dieses Video kommt natürlich erst, nachdem ich es verschenkt habe, damit wir hier nicht rumspoilern. Ähm, es ist super gut angekommen und es hat mir mega Spaß gemacht, es zu basteln. So, das war's jetzt mit dem Blick in das kleine, feine Journal. Und ich freue mich riesig, wenn ihr mir ein paar Kommentare hinterlasst, wie es euch gefallen hat. Vielleicht auch, wie ich noch was besser machen kann oder den einen oder anderen Tipp. Ich freue mich immer dazu zu lernen. Ja, damit. Und, äh, wenn wir schon bei Freunden sind, ich freue mich auch riesig, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und, ähm, mit mir weitere lustige Bastel-Episoden, kleine Geschichten, Bücher, Tipps und alles das, was mir hier so vor die kreative Filette läuft, teilen mögt. Ja, herzlich gerne und bis bald. Vöver Vareja. Vöver 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 Vöver.